Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut erkennen und mich auch gut hören. Vorher war die Kamera da, jetzt hier. Erstmal am Anfang, Leute, was geht? Und willkommen zu einem YouTube-Video. Bevor das Video anfängt, natürlich, Leute, an jeden, der mich abonniert hat und die Glocke nicht aktiv hat, denen empfehle ich jetzt ganz, ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren bei YouTube, also auf meinem Kanal. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir kommt. Und natürlich solltet ihr mich hier oder hier, irgendwo steht der Name, mich auf Instagram abonnieren, damit ihr immer auch auf dem neuesten Stand seid. Ich würde sagen, let's go! Wie vielleicht ein paar von euch schon wissen, trainiere ich ja schon seit längerem. Das heißt, ich habe einmal ein paar Wochen Pause gemacht, das war auch sehr schlecht. Aber jetzt habe ich halt wieder aktiv angefangen mit Training. Ich habe natürlich jetzt mit den kleinsten Sachen angefangen. Dementsprechend sollte man seine Muskeln, beziehungsweise seine Knochen und seine Kraft auch nicht überlasten. Ich habe angefangen mit ganz, ganz wenig Kilogramm, das heißt vielleicht 1,5 Kilogramm. Aber dementsprechend muss man auch nicht dafür sorgen, ob man seine Knochenmaß nimmt. Weil wenn du dann irgendwann merkst, bei mir ist eine Pulsader im Arsch oder ich weiß nicht, irgendwie so, du überlassest deinen Körper, dann kannst du später nicht mehr trainieren. Du kannst da nicht mehr so viele Sachen heben. Und an die ganzen Fitnessfreaks, die denken, dass sie mit Testo irgendwas erreichen, die erreichen mit Testo gar nichts. Ich würde euch auch empfehlen, kein Testosteron zu nehmen. Dieser ganze Scheißdreck, diese Spritzenkack und sowas, brauchst du überhaupt nicht nehmen. Ihr kriegt vielleicht höchstens Sinn, dass ihr irgendwann wie ein Cheeseburger aussieht oder wie ein Heimburger bei Meckes oder Burger King. Oder frisst auch nicht so viel Fass tut. Wenn jemand zu dir sagt, isst mehr, nimm mehr zu. Dann sagt er nicht zu dir, frisst mehr Burger King oder Meckes. Damit meinte er, ist gesundes. Ich bin jetzt nicht dafür da, um euch zu sagen, wie ihr euch ernähren könnt. Ich bin natürlich jetzt nur da. Ich möchte euch zeigen, wie mein Trainingsplan ist. Ich habe auch klein angefangen. Da hatte ich gerade diese Dinger hier gehabt. Das war am Anfang 1,25 Kilogramm, die ich gehoben habe. Daher empfehle ich euch auch nicht, jetzt übertreiben zu müssen. Mit solchen Dingern. Erstens, ihr schaltet euch selber und zweitens, ihr müsst euch nicht beweisen. Und es ist auch scheißegal, ob es lange dauert oder nicht. Ins Prinzip habt ihr dann am Ende das, was ihr haben wollt. Ich mache immer eine Stunde lang zwei Sachen. Das heißt, halbe Stunde die Sache, halbe Stunde die andere Sache. In dem Sinne würde ich erstmal anfangen, indem ich mich hinlege und die Handeln erstmal so hebe. Und das mache ich jetzt eine halbe Stunde lang. Du darfst nicht eine Sache viel Glück machen und dann neue Sachen anfangen. Und das ist ein Behinderter. Dein Körper muss sich daran gewöhnen. Eigentlich muss man sich auch vor dem Training warm machen. Aber ich bin kein Fan davon, weil ich, Liga, wenn du schon so weit bist und viel trainiert hast, dann kriegst du auch keinen Muskelkater mehr. Am Anfang kriegst du Muskelkater, aber bei den Menschen ist es normal so, dass du, wenn du länger trainierst, dass du keinen Muskelkater mehr kriegst. Weil der am Anfang dann schlimm ist und dann irgendwann später nicht mehr. Ich war früher auch ein Skeleptiker. Ich sage es euch ehrlich. Früher war ich ein Knochen und heute, muss ich schon sagen, heute habe ich krass zugenommen und krass an Muskelmasse aufgebaut. Und was gehört noch zum Muskelmasse aufbauen? Geile Mucke. Warum aggressiver wird? Weil der mich motiviert. Jetzt kommen wir zum zweiten Trainingspunkt. Der zweite Trainingspunkt in meiner Phase wäre dann Handteln heben. Einfach hinstellen und dann einfach so in die Handteln ganz normal heben. Also nicht übertreiben, jetzt so machen. Alles so langsam machen, sodass ihr euren Körper wieder überlastet. noch irgendwas anderes bei euch macht. Ich habe letztens zum Beispiel meine Schwester, die wiegt so 65. Und die habe ich beim Liegestützen hochgehoben, zweimal. Das ist aber ein Test gewesen. Das wollte ich auch erreichen. Das nächste Mal, was ich mache, ist mein Bruder wahrscheinlich. Mein Bruder wiegt ein bisschen mehr. Er ist kein Fettsack, aber er hat halt einen ganz normalen Körperbau. Und das ist mein nächstes Ziel. Das heißt auch, dass ich dementsprechend mir dabei gedacht habe, dass ich euch mal zeige, wie mein Trainingsplan ist. Ja, aber eins müsst ihr immer wissen, Leute. Trainings-Test und dem ist alles Dreck. Und baut es euch einfach auf. Und nicht mit irgendwelchen Schallspritzen, seid ihr ehrlich. Hier seht ihr auch schon, das ist meine Matte. Auf der trainiere ich immer. Warum ist das Tuch da? Damit das nicht so hart durchschwitzt. Weil wenn ich immer so schwitze, dreht das immer dran. Und ich finde sowas voll eklig. Und ich kann sowas nicht. Ihr habt jetzt alles bisher gesehen. Und wenn ihr merkt, dass die Arme schon drücken, dann empfehle ich mich aufzustehen. Also dass ihr einfach die Hand hin dann hebt. Und das ist dann auf jeden Fall ein gesunder Moment, wo ihr euch dann senken könnt. Liga, es wird immer einfacher. Am Anfang wird es schwer. Jeder, jeden seinem ist es immer schwer am Anfang zu trainieren. Auch wie bei YouTube und allen anderen Sachen. Warum vergleiche ich jetzt YouTube mit Training? So wie ihr am Anfang bei YouTube auch klein anfängt, fängt auch bei jeder einzelne andere Sache klein an. Natürlich ohne gepuscht zu werden. Überlasst es euch nicht. Das ist ungesund, wenn ihr übertreibt. Und wie ich überhaupt meine ganze Muskelmasse am Ende bekommen habe. Nicht nur durch Training, bin ich euch ehrlich. Ich habe auch ein bisschen Shakes getrunken. Ich habe diese Whey-Proteine genommen. Die waren sehr gut. Am Ende hatte ich dann 3,5 Liter zu mir genommen. Ich habe vorgehabt, 90 oder 100 zu erreichen vom Körpergewicht. Ich glaube, ich mache das wirklich. Ohne Spaß. Habe ich mir jetzt überlegt. Okay, gut Leute. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Es kommen noch einige Videos auf euch zu, das auf jeden Fall. Und entschuldige, das habe ich nicht verstanden. Hey, was soll die Scheiße? Hör mal ehrlich. Das ist direkt hinten. Was verstehst du denn, du? Meine Scheiße, Cortana. Wollte schon sagen, Alter. Ja, es war witzig, gebe ich zu. Aber es war auch behindert. Zu guter Letzt, Leute. Liked das Video. Kommentiert flessig. Abonniert meinen Kanal. Glöcke aktivieren. Ganz, ganz wichtig. Dann seid ihr immer auf den neuesten Stand. Und bleibt über die neuesten Videos, auf die ich hochkladde auf meinem Kanal. Folgt mir auf Instagram. Und aktiviert die Glocke da auch. Und macht einfach alles. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, wie schon tausend mal gesagt. Ich würde sagen, H3, Leute. Und alles Gute. Passt auf euch auf. H3.